So, hier sind wir jetzt in einer Suite mit direktem Meerblick und separatem Schlafzimmer. Hier vorne ist der Wohnbereich, einmal mit Terrasse, hier auf der Seite ist dann noch eine Terrasse. Hier vorne ist auch ein Esstisch dabei. Dann geht's hier in das Schlafzimmer, wo auch wieder ein Balkon ist, mit direktem Meerblick auch. Auch wieder ein Fernseher. Dann ist hier ein kleines Ankleidezimmer. Und hier ist dann ein super schönes, großes Bad mit zwei Waschbecken, der Badewanne, einer Dusche und WC und BD. Hier im Sheraton Soma Bay in Ägypten. Und wenn ihr mehr Videos von dem Sheraton Hotel sehen möchtet, einfach auf gefällt mir drücken oder unter www.fella.de schauen. Jetzt kommt es zum Schlafzimmer. Um, was? Ums, Peace. Das hier. Vielen Dank.